Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist wieder Zeit für Diego White. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, liebe Abonnenten und herzlich willkommen, liebe Patientinnen hier in der Deutschrap-Praxis Nummer 1. Und ihr seht es schon im Titel. Ja, es geht wieder um Synanji und um die ganze Thematik. Es ist nun mal, was thematisiert werden muss aktuell. Und sein bester Freund, beziehungsweise sein engster Freund in den vergangenen Tagen, Manuelsen, in der Öffentlichkeit mit Twitch. Ja, die haben ja wirklich Klick-Rekorde gefeiert, zusammen mit der Bernhard- und Bianca-Story und so weiter. Waren zusammen am Streamen. Jetzt hat sich aber Manuelsen ja bekanntlich getrennt, wegen der ganzen Pädophilie-Anschuldigung in Richtung Synanji. Das Ganze ist ja noch nicht geklärt. Und er war jetzt gestern, ich glaube, ja, gestern müsste das gewesen sein, das erste Mal am Streamen bei Twitch auf seinem eigenen Kanal und hat eine Ansage gegen Synanji gemacht, beziehungsweise der Chat hat einfach nicht locker gelassen auf Twitch und wollte wissen, bitte, 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 Manuelsen, erklär uns, was da los ist, mach ein Statement und so weiter. Und ich bin jetzt bekannt, ich bin jetzt gespannt, was Manuelsen dazu gesagt hat, ja. Ich würde sagen, wir wechseln die Szene à la Diego White und geben dann natürlich bekanntlich unser Senf zu ab, Freunde. Ich bin gespannt, was Manuelsen sagt. Ja, ich bin gespannt, was Manuelsen sagt. Hören wir mal zu, hören wir mal zu, was Manu Abi, einer der besten Freundinnen von Synanji zu sagen hat. Denn das hat jetzt wirklich Gewicht, ja. Sorry. Sollte man auch kein Mitleid mit Synanji haben, ne? Aber wenn ihr mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, nach meiner persönlichen Meinung, und dazu stehe ich auch ganz ehrlich, so, er hat das, also das, was in dem Video gezeigt wurde, okay? Ich weiß ja nicht mehr als ihr. Ihr tut so, als ob ich alles weiß. Ich weiß gar nichts. Das, was in dem Video gezeigt wurde, ist sehr hässlich und ist nicht zu entschuldigen, okay? Ist nicht zu entschuldigen. Ich habe auch direkt reagiert. Ich als Vater, ich distanziere mich in aller Deutlichkeit von sowas, okay? In aller Deutlichkeit von sowas. Wenn, okay, wenn das Video sich als authentisch herausstellt, ne, dann ist es das gewesen. Wenn sich das... Also, das sind harte Wörter, Wörter, harte Sätze, ja. Wenn es das Video als authentisch herausgibt, also wenn das Video wirklich authentisch ist, dann ist es das gewesen für Synanji. Das ist hart, ja. Manuels Wort hat Gewicht, das wird wahrscheinlich auch für alle, die daneben sitzen, sprechen und für den gesamten Rupport eventuell, ja. Für die ganze Szene, die sich dort bewegt, die mit Synanji unterwegs war. Und es ist wirklich krass, ja. Es ist wirklich krass, was aktuell los ist, ja. Wenn man das Video als authentisch herausstellt, dann ist es das gewesen. Wenn das Video sich... Ja, das war, glaube ich, das Wichtigste in diesem Video, was er halt gesagt hat, ja. Wenn sich das Video als authentisch hier dargibt, ja. Natürlich ist es eine krasse News, krasses Thema. Und schreibt es mir mal gerne unter die Kommentare, was ihr so davon haltet. Äh, wie es weitergehen wird, wahrscheinlich. Manuelsen hat sich getrennt, ja. Das ist nochmal wirklich eine krasse News. Das ist eine sehr, sehr große News. Die beiden waren am Streamen, die beiden waren ganze Zeit unterwegs. Es gab kein Synan ohne Manuel. Es gab kein Manuel ohne Synan. Und, äh, und jetzt halt die große Scheidung, ja. Und, äh, bin gespannt, was da noch in Zukunft kommen wird. Schreibt es mir mal gerne unter die Kommentare. Eure Meinung würde mich wirklich, äh, krass interessieren. Ansonsten würde ich sagen, äh, alle Links in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann im nächsten Video Diego White mäßig, ja. Aktiviert die Glocke. Vergisst nicht, äh, die Glocke zu aktivieren. Ich komme sehr oft live, damit ihr benachrichtigt werdet. Ansonsten vielen Dank für den Support. Lasst ein Abo da, lasst ein Komi da. Und, äh, ich küsse euer Herz. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace out, Diego White. Bang, bang, Freunde. Bang,等.